bud spencer ist kurz vor der fertigstellung er wird jetzt noch versiegelt mit der firnis da habe ich mir jetzt mal so ein liter bestellt diesmal zum rollen nicht zum sprühen der vorteil die geruchsbelästigung ist nicht so groß auftragen zwischen so einem schaumroller lässt sich top verarbeiten gibt einen schönen glanz schöne tiefe ich bin begeistert echte alternative zum sprühen ist keine aerosol man braucht keine maske sieht er den glanz die tiefe bin begeistert